Welche Leggings dir bei deinem Workout eine gute Blickdichte bieten kann, erfährst du nach dem Intro. Hallo bei AskGeorge. In diesem Video testen wir 9 verschiedene Leggings auf ihre Blickdichtheit. Dafür trägt unsere Testerin Lina eine Unterhose mit aufgedrucktem AskGeorge-Logo. Und wir gucken, ob man diese beim Squats machen durch die Hose erkennen kann. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die getragene Unterhose ein Modell ist, dessen Nähte sich bei engen Leggings immer abzeichnen. Die La Pasa Damen Leggings von Amazon ist atmungsaktiv und schnell trocknend. Außerdem zeichnet sie sich durch ihr 4-Wege-Stretch-Gewebe aus und der Bauch erscheint flacher. Eine praktische, integrierte Tasche bietet zudem ein wenig Stauraum. Wie man hier sieht, kann man das AskGeorge-Logo nicht durch den Stoff erkennen. Die Urban Classic Darm Leggings von Amazon hat 4 stylische Tech-Match-Einsätze an den Oberschenkeln sowie Schienbeinen. Sie zeichnet sich durch ihre exzellente Passform und dem durch den hohen Elastan-Anteil erzeugten Tragekomfort aus. Der elastische Bund sorgt für den nötigen Halt, ohne beim Sport einzuschnüren. Außerdem ist die Hose schnell trocknend, atmungsaktiv und auch nach mehreren Wäschen sehr farbbeständig. Auch hier bleibt das Logo gut verdeckt. Die Sport Tides Shaping Waste von H&M besteht aus einem schnell trocknenden Funktionsmaterial. Ein breiter Stretchbund macht schlank und formt die Teile. Diese Leggings besitzt eine integrierte Schlüsseltasche am Bund und luftige Meshpartien an den Seiten der Beine. Sie besteht außerdem aus recyceltem Polyester. Das Logo ist wieder nicht erkennbar. Die Women's Best Wear Exclusive Leggings hat einen bequemen Schnitt, ein auffallendes Design und einen elastischen Bund für eine perfekte Poform. Sie ist atmungsaktiv, formend, weich und dehnbar. Wie bei den bisherigen Produkten bleibt das Logo bei dieser Hose verdeckt. Die Essentials Seamless Leggings von Barbosa ist eine High Waist Leggings in Seamless Design für ein Second Skin Feeling. Ihr Bund ist unterstützend für eine maximale Performance und Unterstützung beim Sport. Sie ist komfortabel zu tragen und auch hier scheint das Logo nicht durch. Durch die Dry Fit Funktion leitet die Performance Air Tides von Nike Feuchtigkeit ab. Außerdem ist sie atmungsaktiv und schnell trocknend. Der Bund ist elastisch und besitzt eine kleine Tasche am inneren Bereich. Im Gegensatz zu den bisherigen Leggings ist diese durchscheinbar und das Logo lässt sich gut erkennen. Die Performance Tides von Adidas besitzt die Climacool Funktion, welche für Feuchtigkeitstransport, Kühlung und Tragekomfort sorgt. Die TechFit Technologie soll außerdem die Muskelkraft bündeln und somit für Beschleunigung und Ausdauer sorgen. Sie ist atmungsaktiv und besitzt zudem einen elastischen Bund. Das Ask George Logo kann man durch diese Leggings nicht erkennen. Die Vital Seamless Leggings von Jim Chark hat eine High-Waisted Passform sowie einen unterstützenden gerippten Bund. Am Bein- und Po-Bereich befinden sich Seamless Konturierungen. Zudem verfügt sie über eine Dry-Technologie. Leider ist sie durchscheinbar und das Logo lässt sich deutlich erkennen. Zu guter Letzt stellen wir dir die Energy und Seamless Leggings von Jim Chark vor. Diese Super High-Waisted Leggings ist funktional und figurenformend. Zudem verfügt sie über Ventilationslöcher und Konturierungen sowie einen gerippten Bund. Das Ask George Logo scheint nicht durch den Stoff durch. Wir hoffen, dass dir mit diesem Video der Erwerb deiner neuen Leggings leichter fallen wird. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal bei Ask George! Bis zum nächsten Mal!